Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Und wir spielen heute Chaos, denke ich mal, stand da? Ja, wir spielen Chaos beim Bahnhof, meine Hass-Map, meine wirkliche Hass-Map Ich hasse sie, sie sieht wirklich nicht schön Sie sind immer nur irgendwie hässlich, was mich bei Rainbow stört Sie haben Yacht rausgenommen Sie haben Favelas, aber nicht raus, doch sie haben auch Favelas Also aus der Spielersuche haben sie schon rausgenommen, aber ich bin halt aus dem Spiel nicht Das ist nie, ja gut, Hauptsache ist noch im Spiel drinne Aber wir werden schon manchmal eben halt so 1 gegen 1 eben halt nur als Format So 1 gegen 1 kann man eben halt vielleicht nicht täglich machen, so irgendwie jeden Sonntag Kann man ja 1 gegen 1 so machen Das ist ein, Mann, ne? Lol Oh Oh mein Gott, schlecht Schade, Digger Hacker Nice 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 Nice, man Nice, dude Abonniert mich Sorry Werbung ist immer geil Und wenn man selber dafür Geld bekommt Noch geiler Why not, ne? Schade 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 Oh, zum Glück war es kein Eintor Da sind wir schon Eintor Okay, hier Shut up Der ist gut, der ist gut 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 Gib mir Boost, Digga! Gib mir Boost! Danke! Oh, habe über eine Zeit im Sprachcheck geredet. Ah, toll. Ich hätte ein bisschen mehr abwarten müssen. Nein! Ah, schade. Schade. Schokolade. Loll. Loll. Ich gewinne 1-0. Ah, doch. Oh, nice. Flambe er verblaut. Das ist voll geil. Wollte ich schon immer haben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einer neuen Folge. Rocket Leech. Und dann Jojo.